den versuch doch hier dein fetisch wenn die alles auf einmal in der schützung gott ich gehe ganz gut so hast du eine pille genommen ja ja plötzlich ist normal was normal wenn der excited pille nimmst dann wird es erst mal krass schnell dann hört es wieder auf einer und dann kann es noch mal wieder kommen ein voraus angucken wir haben die karte wir können ein gott also wir können eins nehmen und dann raus oder was liebe hier so sieht es aus okay das ist eine geile mechanik ja also ich muss ihn noch nicht geben sondern herz muss das alte isaac das neue ist so ein bisschen schwierig jo wieviel kommt ja kommen viele spinnen wir jetzt wieder haben keine ganz gute sache so ich muss mich mal langsam konzentrieren hier wo mehr spinnen spielen ist an der dicke stampfer hallo zurück etwas aufgehauen hat denn das ist schon mal saftig es ist saftig so viel leben saftiges leben ich habe nichts ich brauche nix im drowsy ein exeitet das ist das gefährlich jetzt wieder ich nicht hier auf kannst du nicht unten auch gott man ich hätte muss doch hoch ich sehe nicht oder auch dein bildschirm meine spinnen machen das schon kollege entspannlich ich hatte ich hatte ich eine ja wie trock ich das ich weiß nicht wie ich darauf trockendrücke quasi ja muss aber warten dass man halten kriegst ja du musst wohl warten ja oder ich esse es einfach dann komme ich in die puppete dann ist alles kaggel kann das recht nicht dort schon da kann dann wirklich irgendwie so diese fiecher raus also meine an die gegner nicht dass irgendwas kloppt ach so ich konnte ist noch mal so ein raum digga krass ja seelenherzen ist er voll krass roten hart habe ich das genommen ich hab's gemein das ist ein defensives ding bombe oh warte mal so trifft dich gar nichts mehr also wenn du jetzt noch einen jahr oder so ich habe trifft mich noch genau ne gib mir noch einen mit viel zu schnell ja das ist wie auf lsd dann gehen wir wieder ne ja wenn er jetzt immer noch bossforschung ist wehe da ist jetzt nicht einfach nur der normale bossraum randale randale dieses privileg zu fliegen wir sind auf hart übrigens bis jetzt läuft sie sehr gut und viel zu easy normalerweise dauert es braucht das alles wir sind ja hier auch fahren ja es ist noch ein leben so easy also die die mit den augen zu geliehen richtig nicht mehr damage ja heiltes leben buch sind ja oft welche ist war das jetzt von dem bus die regierung ist die ober und die rechte vorsichtig wir auf der bombe in die mitte also nicht das war echt überlegt du bist so defensiv na wirst du kriegst gar nichts vorsichtig noch die zeppel mit das ist nur ich warte sagt da und hat über die pille jetzt gehen wir hin wir peppeln dich schon wieder auf naja bisschen schminke das ist doch nirgendwo ein packstift ich krieg nicht mehr damage wenn ich das item aktiviere komm mal pass auf okay das ist dieser der blasraum der so genannte der blasraum imagination ist offen alle eine normale bombe eine kleine troi bombe eine große troi bombe dann war bitte alles ne ich fisch mache wir haben eine bombe rein oder so ja genau was war das denn jetzt oh ein verrottetes herz nimm es mit klingt das eigentlich was macht das doch du kriegst eine fliege sehr stumm wir können hier ein paar bomben vorher pisse ich ja noch alles vor die bombe explodieren auch schneller durch die m excited weil alles einfach und so nehmen ist ok ok jetzt und 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 durch rechts wo dort durch leben das du kriegst erwachsen du hast jetzt hat auf dem aber das hat auch irgendwas anstatt noch nicht das würde ich nicht muss es ja ist ja kofi weiß es nicht das wird nicht so weg gewesen sein das bringt gar nichts bringt aus der optik du hast jetzt die pression der frisst dann sonst 3p über die billen oh leil der hat es nur unten gedreht ich wünsche ich dir voll ne weil es ja alles easy hier du hast einen schlecht schaden gekriegt leider krieg ich doch schaden ja wenn du es drauf anlegst und die gegner rein rennst bringt dir auch ein orbital nix was schüsse blockt ne und du weckiger denn ja das bringt nichts das wird ja nicht nein open your eyes open your eyes and you see but you see nothing mal wieder ein paar bomben wir haben sehr viele davon machen wir schon machen wir schon mhm 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 wenn sie noch nicht nix offensiv ist da hier so ein komischer schwarzer troll ganz schön rein fliegt es könnte könnte geil sein was das ist für dich kacke das für dich total für mich ist ganz geil aber für dich ja nicht über stein im weg oh oh gott mir ein bisschen versuch den glück oder wie oder was oder was super greed das ding ist jetzt wissen wir halt auch nicht mal wo wir sind das ging nach links zurück genau orientierung es muss mal irgendwo in die richtung so weiter runter gehen hier es hat so riesig höh auf oh shit hören sie auf und holloy habe homing gehabt kurz speedy greedy mob gefahr spiel sucht dauert ein bisschen gott und damit ja mit die dich ist auch ja muss muss ne muss gar nichts doch jetzt kommt der letzte boss und dann haben wir es eigentlich schon freigeschaltet oder wie häufig noch kommen ich darf nur nicht verrecken king mom's heart solltest du nicht verrecken hast du nicht mitgenommen was ist das ich kann du kannst es ja auch nehmen weißt du ist ja auch deine verantwortung jetzt irgendwo mal verloren wir können da rechts eine bombe hin wir können da gleich rechts eine bombe hin hast du gut gemacht das ist gar nichts perfekt die stachen sind abgesägt junges leben ja jetzt den spinnen erleichtern auch nicht gerade unbedingt die sich die orbitals sind mein damage ja stimmt jetzt leben was war das eine pille ok und trauen sie und der gegner der boss der gegner ja klar let's go ähm bludy mary challenge ok wegen bethany wahrscheinlich das ist mein handy warum warum ist angerufen ich weiß es nicht was ist das hier hast du mir nicht an ich gucke dich an ist auch deine verantwortung ob ich da rein lauf da ist eine kiste eine kiste eine kiste eine kiste in der kiste in der kiste in der kisten die kiste in der 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 kiste das könnte ganz kurz überlegen immer ganz kurz den anderen ich würde sagen nicht riskiert und nehmen den macht das riskiert vorsichtig mehr pumpen mega ist immer so ein 50 50 ding ob das jetzt krass war wir haben nicht so mit dem gummibärchen oder hat sich aus den weg aber ich habe das hier bei du hast mich weggebombt ja und mich auch ich komme nur die dead onion das ist nicht gut hier ist nicht gut großpepper ist natürlich supergeil wenn ich noch dicker und größer werk wo ich rankommen das weiß nicht gut nein nein ist in den bomben gedruckt so soll man wegbauen nö bringt ja nichts wir hatten ein dach da 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 das heißt es wieder in den kommentaren stein bei mir mit 29 da ein shoppipopi oder wollen wir sie müssen einfach spenden ich glaube das ist besser aber erstmal weil man irgendwas was uns bringt den kultur pilz und flyer betrifft ich das hier ist für dich mir aber wenn du schon mal ich nehme das dann habe ich auch noch mal einen blocker guck mal hier das geht nur so fließt youtube money macht Sinn hier noch eine karte naja wegkarte tja gut ist hier oben noch was gut vollkart auch rein krass auch schwer ich kann die voll machen oder so kleine kack dinger machen dann sind sie hier da geht es eine flamme kann ich lieber und ich glaube ich würde gut blocken ich bleibe einfach hinter dir und leertaste vergisst dein item nicht aber ich muss dafür auch ein bisschen weiter schießen also in langer kampf ich glaube das ist besser wenn ich die kleinen mache weil die langsamer sind dann gehen wir häufiger durch ich glaube bei hasch ist gerade auch ein herz gewesen im leben ja dann ein paar von seinen tränen blocken das richtig gut aber dich im moment drücken ich versuche mal hinter dir zu bleiben die meisten zu blocken ohne herz das stimmt also wir haben schon die freigestaltung ne also wir haben schon erreicht aber wir können ja jetzt auch noch gleich hasch besiegen mit lazarus das ist ja auch ein entschieden man kann ihn nicht nicht reinlaufen wenn auf dem boden ist Achtung bombe ja woanders rum alles gut so ist noch werde ich nicht getroffen deine position finden ohne gate der war auch kurz sterbenförmig das sind meine teals ab der next baby ich habe einfach das leben gemacht ich habe erstaunlich wenig schaden bekommen das jetzt dein stolz auf mich aber ich hab auch gute orbitals ich habe dieses lebensámelt wirst die aber ich hab's geschafft wenn man würde wieder eine positive eine video das ist ein bisschen nicht richtig danke dass du hier in den händler gedroppt ja auch noch ein leben wir haben die ganze zeit das super im letzten mal zu gezockt haben hast du einfach nur schnell zu besiegen und das ist auch normal weil einfach nur besiegen post ich hab leider wenigstens was sie kam aber gar nicht da sind wir ja hallo 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 hat mich erkennen hätten wir da eigentlich gerade noch etwas aufsuchen können es ist ja leben glauben wir hätten ins world gehen können ja das willst du dagegen die ledung kürze vergessen ja eigentlich schon ich habe gar kein damage und was sich bei ihm blocken bedoht wundervoller nicht also harsch besiegen war kein problem woran sterbe so ein dreckiger spucker das ekling ich weiß ich bin ein geist aber ich habe dorst auch geister haben normales essen und trinkwein ja denkt daran auch geister haben du wirf ich mit scheiß knorren ab hat auf geistert zu diskriminieren ja nun dickes ding hast du überhaupt müssen direkt neben dem weil ich unverundbar kurzzeitig bin okay so ein so ein pfeif hat sagte er und wird wieder geboren cool ja ich bin macht online ich hätte ihn auf den schaden hier gemacht auf geht's reise besiegen expect Und hier ist einfach ein Miniboss. Cool. Das bringt uns nix. Komm da nicht ran an den, ne? Granate sind ja schon. Noch eine Granate. Aber was ist eine Granate? Eigentlich ziemlich geil mit dieser Rotation. Ja. Ja.